wie ist das wetter leute was soll ich sagen wie immer vor jeder aufnahme in letzter zeit bin ich unterwegs bei dem wetter das heißt kein wetter für alleine da ist das kann überall sein ja bei dem wetter hört man nix wenn ich nichts sage meine ja nichts ja 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 Ich hab erst das Gefühl, der Gegner anderen ist schon entspannt. Ich hab das Gefühl, dass ich nicht so entspannt. Es geht weiter nach Pitching, leider, ihr wisst, ich mag keine Art von ihm nicht. Es geht weiter nach Pitching, leider, ihr wisst, ihr wisst. Es geht weiter nach Pitching. Es geht weiter nach Pitching. Okay, die Schüsse kommen Richtung Heilwasser. Ich dachte, ich hätte was gehört. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und er ist schlechter Schütze Scheiße, falsch nachgeladen Und er ist schlechter Schütze Scheiße, falsch nachgeladen Okay, es scheint hier noch jemand zu sein Aha Ich denke, egal wer das ist, der schießt aus Distanz Ich höre auf jeden Fall die ganze Zeit Leute sterben Und die Schüsse kommen von dem Satz Ich höre auf jeden Fall die Schüsse kommen Ich höre auf jeden Fall die Schüsse kommen von dem Satz Ich höre auf jeden Fall die Schüsse kommen Ich höre auf jeden Fall die Schüsse kommen von dem Satz Ich hab' gehofft, der Schusswert ist. Natürlich. Ich hab' gehofft, der Schusswert ist. Ich hab' gehofft, der Schusswert ist. Ich vermute, dass die Gegenpartei hier im weißen Haus ist. Aber ich seh' leider niemand. Ich hab' gehofft, der Schusswert ist. Ja, irgendeine Schütte, aber kann sie nicht lokalisieren. Ich hab' gehofft. 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 Ich glaub' ich doch ein Duo. Glaub' ich. Ich hab' gehofft. 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 Großer Grizzly heißt das, glaub' ich. Und ich bin diesem blöden Redshirt-Charakter los. Danke. Ich bin dankbar. Nicht falsch verstehen. Aber tatsächlich. So. Zwei Kills. Zwei Kills. Ein Einser und ein Dreier. Jeweils von einem Team. Okay. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, das eine wäre ein Solo-Spieler gewesen, weil ich keinen zweiten Spieler gehört hab. Der Dreier war das, den ich zuerst gekillt hab. Okay. Der Einser war der Zweite. Ja gut. Die haben sich ein bisschen dumm angestellt, dass das ein Einser war. Das war schon fast zu erwarten. Und es war tatsächlich ein Solo-Spieler. Der mich jetzt gekillt hat. Das war jetzt Pech. Ah. Mal gewinnt man, mal verliert man. War eigentlich eine gute Runde. Also von daher, danke dafür. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.